Werde zum Freudebotschafter! Einfach über den Link unten in der Beschreibung die App downloaden. Wir haben als Ökonomie der Menschlichkeit vom Schindlerhof die Mitarbeiter-App zur Verfügung gestellt bekommen, also bitte nicht über den Namen wundern. Im nächsten Schritt ist deine Registrierung dran. Einfach ganz unten auf zur Registrierung drücken, einen Benutzername und ein Passwort aussuchen, deine Daten eingeben, dann noch die Hackerl machen bei AGB und der Datenschutzerklärung und abschicken. Jetzt musst du kurz warten. Ein Administrator wird die Registrierung überprüfen und sobald das passiert ist, bekommst du per E-Mail eine Benachrichtigung. Du kannst in die App einsteigen, wieder Benutzername und Passwort eingeben und am besten das Hackerl bei Anmeldung speichern machen und los geht's. Der Blog ist das Herzstück dieser App. Da werden die Freudebotschaften geteilt, die kannst du liken, kommentieren oder teilen wie auf anderen Plattformen auch. Im Bereich Informationen findest du die Unternehmer, die sich schon zur Ökonomie der Menschlichkeit, zu einer menschlichen Art und Weise des Wirtschaftens entschieden haben. So ein Leuchtturm ist zum Beispiel die Maria Ammerhauser mit ihrem Hotel. Das heißt, wenn du den nächsten Urlaub buchen möchtest oder vielleicht auf der Suche bist nach einem guten Arbeitsplatz, wo du menschlich behandelt wirst, dann wirst du in diesem Bereich der App fündig. Für Unternehmer gibt es zusätzlich einen Bereich, wo sie in die Gemeinschaft nach Lösungen oder Erfahrungen zu einer Situation fragen können. So stärken wir uns gegenseitig. Ganz nach dem Motto, geteilte Freude ist doppelte Freude, darfst du dieses Video mit dem Link gerne auch an deine Freunde weiterschicken. Schicken Schicken